Mein Name ist Fritz Hausiel. Ich bin am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien tätig und hier auch als Stellvertreter an der Vorstand. Das Forschungsprojekt, das Wissenschaftskommunikationsprojekt, basiert auf einem dreijährigen Projekt, wo wir uns mit der Bildkultur, mit der Pressefotografie der Jahre 1945 bis 1955 beschäftigt haben und dort drei Schwerpunkte bearbeitet haben. Das eine war die Bilderpolitik der Alliierten und dann der Frage der Pressefotografen selber auf der biografischen Ebene. Also wer waren die Personen, die diese Pressefotografie damals gestaltet haben? Und als drittes auf der inhaltlichen Ebene, welche Bilder von diesem Österreich sind damals in den Illustrierten vor allem, weil die allgemeinen Tageszeitungen haben relativ wenig Bilder gehabt, ist vermittelt worden. Die Ergebnisse unseres Forschungsprojektes sind dann im Rahmen eines Wissenschaftskommunikationsprojektes, das FWF, übergeführt worden in eine Online-Ausstellung und auch eine analoge Ausstellung, die wir hier am Institut zeigen gerade. Diese Online-Ausstellung findet ein breites Interesse. Wir haben im Schnitt im Monat 400 Zugriffe und wenn dann in den Medien ein Thema davon aufgegriffen wird, wie das die Trümmerfrauen waren, dann schnellt das auf das Doppelte hinauf. Man sieht also, dass dafür ein breites Interesse vorhanden ist. Dass uns bei diesem Projekt vieles viel besser geglückt ist, als es wir uns erhofft hatten, hat auch damit zu tun, dass wir sehr systematisch nach Quellen gesucht haben und da uns vieles in die Hände gefallen ist, was wir eigentlich nicht erwartet hatten. Wesentlich zum Beispiel die Mitgliederakten des Syndikats der Pressefotografen, die dann in einem Keller noch aufgestöbert wurden und uns dann auch voll inhaltlich zur Verfügung gestellt worden sind. Ein Nutzen dieses Projektes für Menschen von heute ist, dass man besser erkennen kann, wie Propaganda gemacht worden ist und in dem Fall vor allem über Bilder auch gemacht worden ist. Und wir sehen, dass in dem Bereich sich vor allem die Amerikaner durchgesetzt haben. Sie haben sehr erfolgreich junge österreichische Pressefotografen ausgebildet und haben gleich zugleich diese Bilder den Redaktionen kostenlos angeboten und damit waren sie letztlich konkurrenzlos gegenüber den anderen Alliierten. Und so hat sich auch letztlich der American Way of Life und das politische System sehr stark durchsetzen lassen. Die Motivation ist auf der einen Seite gewesen, dass wir uns in unserem Fach ziemlich wenig mit der Pressefotografie beschäftigen und ich zwei großartige Mitarbeiterinnen dafür gewinnen konnte. Der Wissenschaftsfonds spielt in dem Zusammenhang eine ganz zentrale Rolle, weil wir könnten ein derartiges Projekt mit den Eigenmitteln nie stemmen. Das braucht entsprechend große Finanzierung und einen langen Atem, der finanziert werden muss. Und da ist der Wissenschaftsfonds ein großartiger Partner und wir sind für diese Genehmigung dieses Projektes sehr dankbar. Und wir sind auch, glaube ich, sehr bestätigt worden. Wenn man sich die Evaluierung anschaut, ist da ein sehr großartiges Feedback zurückgekommen aus der Fachwelt, das uns auch ermutigt, in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Und da ist das, glaube ich, sehr gut. Und da ist das, glaube ich, sehr gut.